hallo und herzlich willkommen hier auf mein kanal das tut mir echt leid aber hallo jetzt ich komme hier auf meinen kanal ob glück oder können bin es bin ich begrüße euch hier auf glück oder können und bitte euch gleich ganz frech ganz unverschämt lasst mal ein abo da und like das video und danke und los geht's level 7 ich bin alt ich bin müde ich habe kopfschmerzen es tut mir leid level 2 kapitel 7 und weiter geht's glänzers zombies ich finde es echt gut ich finde es ein echt geiles game ohne scheiß bis jetzt macht echt verreicht an und weiter naja kommt so haus von glück oder können richtig vielleicht den controller in die hand nehmen ja wir sind noch am abend unterwegs das heißt aber man jetzt begeistert davon nein ich brauche auf jeden fall brauche ich das hier dass ich weiß nicht ob ich auf die verzichten die als unterstützung den grafsteinfresser lassen wir mal weg wo der gut sein kann ihm und ihm kirschbomben als sichere reserve den neuen nehmen wir mal mit weil ich habe keine ahnung obwohl der soll ja am tag mit nehmen wir mal mit mehr scheiße sein kann sich sein bei denen haben wir als neuen pilz bekommen mehr als scheiß sein kann sich sein natürlich ich und deutsch so gut die grabstein ist nervig genau erste reihe die hier ihn setzen gleich ein wissen wo oder wir probieren dem aus aber ich will wissen wo ehrlich na egal kommt egal ich will brauche ich brauche geld ich brauche pflanzigeld ich brauche pflanzigeld ich brauche pflanzigeld nein ist ja kein geld das sind sonnen ja ich weiß dann nehme den mal gleich dazu ich habe keine ahnung was der genau kann und wir brauchen noch 555 dollar komm schon gib mir das geld nein kein kostenlose ab der waffe ich möchte den anprobieren sehr schlecht oder kann auf eine sehr lange distanz schießen war das nicht so dass dass der ein sniper ist misst ich habe problem okay kommt du kommst dahin nur am tag habe ich versteckte sich wenn ich das richtig verstanden habe ist der stärker als ein kleiner bruder ich weiß es nicht ich muss natürlich mich jetzt erst mal darauf konzentrieren und bisschen mehr sonnenpflanzen meine sonnenpilze um scheiße haben einmal rein da immer ein da wir haben da auch nicht sehr viel stellfläche das ganz doof um schon gibt mir mehr sonnen ich brauche doch die sonnen ja das schon mal sehr gut da der der hut wackelt nein war auf ihn zu fressen oder auf ihn zu fressen kommt ihn euch macht ihn platt ich habe einen echt beschissenen start bin ich ganz ehrlich aber ist okay also wenn ich das spiel liebe ich finde es echt gut nein der schläft hey wach auf warum hat er jetzt geschlafen ich dachte am tag ich dachte der schläft am nein nicht schlafen wach auf ich dachte du schläfst später ok hat die wacht geklopft auch sehr schön ja ich krieg da panik weil ich dachte der schläft am tag oder was habe ich gelesen ok ich wollte ein bisschen mehr kohle ich brauche mehr kohle ohne geht es nicht ja ein bisschen kohle also die kohle meine ich meine die sonne natürlich für mich ist das kohle ich bin jetzt sieht es ja noch so aus ob die durchkommen in not habe ich noch die kirschbombis ja jetzt sieht gut aus bis jetzt hat aber nichts zu sagen dass die heilchen machen finde ich nicht ganz gut aber ja was wir machen vielleicht arbeiten mit denen gucken ob das geht aber ich glaube später brauchen wir auf jeden fall die härteren geschütze eine riesige welle zombies nein egal wie kriegen wir schon nicht hin dafür bin ich ja dafür die können uns kaufen ja ich glaube wir unterstützen das ganze mal ich glaube es ist gar nicht so verkehrt nein ich weiß nicht idiot ich brauche ich brauche kürzbomben deswegen wollte ich mitnehmen es gibt nichts besser als die kürzbomben ich brauche mehr kohle noch mehr kohle noch mehr kohle er ist den erst mal aber die beiden machen doch schon die lecken den auf jeden fall sehr gut ab scheiße es doch mal schneller bro nein mein bros gefressen nicht die fressen kacke was mache ich jetzt ich weiß bin ich der beste im game ich finde das game auch trotz allem gut das wollte ich jetzt auch nicht aber okay das weiß wir sind schlecht platziert wir brauchen ein paar kürzbomben boom und 16 c und scheiß als letzter rettungsanker sind die kürzbomben die besten nicht mehr haben kann das ist wirklich 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 guter hinterhalt falsch gestellt nein haben wir müssen der feuerkraft sieht auch gut aus ich weiß ich stelle noch so ganz wild aber das ist gut ob ich ja lass dich fressen kommt schon hier ist baby und mit ein habs ist der mund so geht das und noch ein paar sonnen über kein problem geben und sei für die kirschbomben bis auf ja vielleicht brauchen wir ja auch gar nicht mal gucken ja wieder hunger mein freund kein problem sieht doch eigentlich bis jetzt ganz ordentlich aus oder ja auf jeden fall läuft doch ja ich stelle jetzt mal gar nichts mehr warten erst mal zur not kann ich die kirschbombe trocken das ist ganz ganz gut ja komm die machen dass sie machen dass die machen das kommt schon mach ihn fertig das kann doch nicht sein aufsteck dich doch nicht miteinander kommt nein soll ich darf eine kirschbombe wir haben schon wir machen kurzen prozess damit kein problem eine riesige zombie welle nähert sich da kommt noch eine okay kein problem kohle habe ich ähm was ist das denn panik hilfe was ist das kürzbomben schneller blühen alter was ist das haben schon kürzbombe nein kürzbombe ach du scheiße was ist das mal eine riesige man kürzbombe ich brauche dich ja natürlich kommt man kürzbombe machen warum es wächst hier denn so langsam hier ist bomben kürzbombe ich habe nicht mehr geld dafür also was ist denn hier los ok ich habe keine hintere absicherung mehr aber ich habe auch keine kirschbombe mehr ja sehr schön kürzbombe alter wie ich denn gerade kommt schon aber war es das jetzt kommt noch eine welle weil ich habe gerade mächtig mächtig panik sehr schön naja warum nicht man kann auch mal auf voll auf die schnauze kriegen ich hoffe ich habe noch rasen mehr weil kürzbombe ich kein geld aber ich glaube wir haben es geschafft alter war das knapp war das kürzbombe jetzt und scheiß ich muss die grafsteine abbauen alter habe ich nie daran gedacht aus kriegen jetzt als neuen pilz die gucken ist man ja pc pilz du hast eine neue pflanze ja lässt vorübergehend alle zombies auf dem bildschirm erstarren alle gleichzeitig das ist auch nicht schlecht warum nicht doch kurse nicht aus ok ich würde sagen das war es mir video eine ganz knackige kurze lange runde das war die anstrengendste bis jetzt aber wenn es euch gefallen ist natürlich mal einen daumen nach oben da schreibt die glocke ich habe glück oder können bin hier mit raus bis 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 bis